Herzlich Willkommen auf unserem kleinen Kanal, ihr Lieben, heute mal wieder aus dem Steinbruch. Wir haben noch einen anderen, sehr schmucken Steinbruch gefunden, was ich noch kurz erzählen wollte, und zwar zum Virus aus unserem letzten Video. Es kam natürlich, wie es kommen musste. Das Steuerteil wurde ausgebaut, wurde eingeschickt. Ein Ersatzteil hatten sie leider nicht in der Auflage. Das heißt, wir müssen jetzt leider erst mal warten. Hoffentlich dauert es sich wieder sechs Wochen. Uns wurde nur bestätigt, dass das Ganze wohl ein Produktionsfehler ist. Die komplette Charge hat da wohl Probleme. Leider gab es von Carsten aber auch keine Rückrufaktionen und nichts. Also, tja, wir warten ab, hoffen, dass das neue Steuerteil dann richtig funktioniert. Und ja, solange zeige ich euch hier mal den schönen Platz, wo wir heute ein bisschen rumfahren werden. Ein Traum für RC. Und das ist so, weiß ich wieder. Und das war alles klar. Ich tue die Prennen. Ich tue das nicht noch. Dann compute das neue Steuerteil. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Okay, liebe Freunde, wir versuchen jetzt mal unser Glück mit einem Standard-Rex. Das auf diesem Boden hier. Ich zeige euch das mal. Und mit diesen Reifen. Naja, ein bisschen Grip haben sie hinten hier noch. Es ist ein reiner Hecktriebler und wir gucken mal, wie er sich jetzt hier macht. Ich bin sehr gespannt. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Jetzt machen wir den Versuch mal mit unserem anderen Rex Und zwar mit Allrad und richtig schöne Sandstollen Also ich bin ja sehr begeistert von diesen Rädern Zumindest auf dem Rex machen sie eine richtig gute Arbeit Mal sehen wie sich das dann hier im Auf- und Rund macht Ich bin ja sehr begeistert von diesen Rädern Ich bin ja sehr begeistert von diesen Rädern Und zwar mit Allrad und Rädern Und zwar mit Allrad und Rädern Ich bin ja sehr begeistert von diesen Rädern Ich bin ja sehr begeistert von diesen Rädern Ich bin ja sehr begeistert von diesen Rädern Und zwar mit Allrad und 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 Rädern Wenn ihr mögt Dann sehen wir uns nächste Woche wieder Bis dahin wünschen wir euch jetzt viel Spaß Mit unseren anderen Videos Die letzten drei davon haben wir euch hier verlinkt Und ganz wichtig Damit ihr kein Video mehr von uns verpasst Abonnieren nicht vergessen Also bis nächste Woche Macht's gut Und zwar mit Allrad Und zwar mit Allrad Und zwar mit Allrad